Ich nehme das Ei für Hamburg, werfe es hoch in die Luft, dann die Pfanne, dann die Fackel, dann das Ei und immer so weiter. Für euch, Hamburger, nehme ich zum Schluss das Ei, werfe es hoch in die Luft, halt die Pfanne darunter, da drunter die Fackel und dann dreht das Ei. Wenn das klappt, das ist der erste Trick, tut mir einen Gefallen, ja. Fangt alle an zu klatschen, zu schreien, trommelt mit den Fäusten auf den Boden, reißt euch die Kleider vom Leib, tanzt alle, nackend umher. Du nicht. Mit deiner Handtasche, das sieht doch so sehr darmhaft aus, muss ich sagen, ja. Du bleibst angezogen, ja. Macht sehr viel Lärm, weißt du, der erste Trick, dann kommt noch einer und dann haben wir es auch. Fackel, Pfanne Ei für Hamburg. Hey, du siehst aus wie Mario Götze mit der Frisur, zeig nochmal. Junge, 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 da hat er sich verschnitten, ne. So, kommt Jungs, Fackel, machst du noch ein Foto, guck mal die Freiheitsstatue, mach schnell. Ich fang mal an. Du, irgendwann ist das Ding aus, ich stehe hier wie ein Doofmann. So, Fackel, Pfanne Ei. Hamburger, seid ihr klassbereit? Zwei Leute nicken. Hamburger, seid ihr klassbereit? Okay, dann wollen wir loslegen. Eine Fackel, eine Pfanne, ein Ei. Du bist mir unsympathisch hier vorne, aber ist egal. Eine Fackel, eine Pfanne, ein Ei. Der Mann in lila, hallo, na. Alles klar bei dir? Wer hat dir die Farbe aufgesmatzt? So, Fackel, Pfanne Ei. Jetzt muss es wirklich losgehen. Fackel, Pfanne, Ei. Der erste Trick, da haben noch zwei. Hallo, Kerle, da. Wie lange seid ihr schon zusammen? Ewig, wa? Schön. Und so braun der vorderen Arbeitslosigkeit, kann so schön sein, ne? Ja, genießt er. So, wir müssen loslegen. Jetzt endlich, das Ding brennt kaum noch. Eine Fackel, eine Pfanne, ein Ei für Hamburg. Ha ja, ha. Okay, Hamburger, jetzt stascht zurecht noch nicht. Aber für euch, Sekunden, vor der zweiten, vor dem zweiten Trick, fliegt das Ei, wo ist es denn? Da, das Ei, das ist scheiße. Das Ei fliegt an dieser Stelle für Hamburg, hoch in die Luft. Ich halte die Pfanne da runter, da und die Fackel und dann bricht das Ei. Und das ist die Applausstelle, Jungs. Pfanne, Fackel, Ei, das Ding ist drin. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich.